Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Exoria. Ich habe hier mal ein bisschen geguckt, wie man das tofe Ding hier baut. Es ist eigentlich ganz einfach, aber wenn man statt einen Y ein I eingibt, sieht man nur die Sachen hier, die man nicht benutzen kann. Ja gut, eigentlich sollte man können. Hier steht Plug Must Be Closed Room and Off Leads 50 Blocks. Wir können es ja mal versuchen. Er möchte, dass wir im geschlossenen Raum sind. Dann buddeln wir uns doch mal so einen schönen Raum. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Flaked Flint, acht Stück, wir haben fünf. Und jetzt eine Flint Schaufel, gut dann brauchen wir aber wieder Stöcke und unser Tisch geht bald kaputt. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob man eine Schaufel baut. Okay. Flaked, das dahin, und fein, ja. Okay. Flint, hunt, so. Pfeisen. Nein, ich möchte die aus Flint. Die abgebrochenen Flint, Stock und wieder diese Fiverr. Daraus können wir so einen Faden machen. Das war glaube ich so. Ah, genau. Perfekt. Und jetzt sollen wir eine Chest machen. Holzfalttür. Oh mein Gott. Also die Säge, also Stöcke wieder klein machen. Wieder so ein Taub. So. 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 guck mal ob das auch funktioniert jetzt brauchen wir doch wieder bretter das waren ein sieben bretter hier waren das noch mal sechs okay ist wieder zeit im baum zu fällen ich gucke mal eben ob wir denn ein mod drauf haben excavation also ein weiter sieht nicht so aus ist aber auch kein problem jetzt der klein hacken den werde ich aber noch aufheben dass wir noch einen haben so das war das dass das dass das und das pinz und zwei war für eine tür holzfäller tür und retter ergibt die chest hier werde ich ja noch ein tun macht das ist so eine altmodische chest ok lücke draus um platz zu sparen wir schon lagern das kommt dahin das fleisch hier ein steine hier ein stöcke werde ich noch auch und das werde ich noch auch und das nicht parks werde ich noch nicht brauchen und rest werde ich bei mir behalten ist auch mal schön die sonne drüber zu haben oh nein ist der regen giftig nicht im ernst okay das überrascht mich jetzt ein bisschen wo waren wir stehen geblieben hier cupcord und shell cupcord okay sich das ding hier wirklich alles unterdachen dass man hier bisschen arbeiten kann die wackeln f7 oder was f9 f9 war das und f7 ist das hier ist soweit hüttl hier könnte dann wieder so ein pool spawnen hier bin ich aber nicht haben dann müssen wir hier noch freiräumen um an unsere sachen ranzukommen ich nehme die sachen doch lieber ein stück weit rein. Wenn der Regen so giftig ist. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Das einzig doofe ist jetzt, dass ich da drüben nicht hinkomme, um noch Holz zu farmen. Aus im Terraclay könnten wir wieder das machen. Da, Hupstein, Dundersied. Ah, da reagiert als Ton das Zeug. Ach, mit der Säge, ok. Komm ich nur auf 6. Ja gut, ich werde jetzt hier die Folge aber beenden müssen. Sonst stehen wir hier wirklich mit 10 Minuten, wo es einfach nur regnet. Ich glaube ich werde uns hier so einen kleinen Raum buddeln, wo wir so ein bisschen unterkommen. Dass hier die Sachen auch geschützt sind, dass das Ding funktioniert. Dass wir Bäume pflanzen können oder einfach mal ein bisschen Vorrat machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.